Allänglich haben wir ja aufgenommen, ich bin schon aufgelenkt. Hi! Mann, dein Hund ist voll laut. Der Merker Rülps gehört bis hier hinterher zu mir. Runter. Also wenn ihr wüsstet, die Weike auseinanderwohnen. Hm, drei Zentimeter. Ja, mein Nachbar. Drei sind es. Ich hab's gemessen. Wie? Ich hab mitgezählt. Wie man die Kilometer sehen als Kind? Als Kind? Als Erwachsener kann man's dann oder was? Kannst du nicht? Mann, man lernt mit Level 28, die müssen wir wissen. Den Skill, äh, Kilometer zählen. Das ist ganz wichtig fürs weiterführende Leben. Ja, könnt ihr das schon, wenn nicht ihr die Opferst? Wie könntest du mich nicht? Wir sind auch noch nicht Level 28, wir sind das Level. Klar, aber wir sind jetzt auch fast aus hier. Fünfzehn, du nicht, haha. Ja, ihr müsst wissen, er hat nämlich... Ich weiß es nicht, was der Unterschied zwischen sechs und vierzehn ist. Aber die Zahl dazwischen, also wisst ihr da, die Differenz dazwischen. Acht. Acht Tage hat er nämlich, um den Geburtstag. Der ist ein richtiger Fotzenknecht. Und er ist leider nur mein zweitbester Freund. Weil mein bester Freund, den kann ich seit dem Krankenhaus damals, als ich noch gar nicht kleiner Fotzenknecht war. Der hat mich am fünfzehnten Geburtstag mein bester Freund. Ja. Und... Und... Ich kann nicht... Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Ich... Ich kann mich nur diese vom Creeper gruseln, nur weil... Komm, lass dir mal ein bisschen moppen. Bin sie auf dem Busch. Tja, und jetzt bist du gefegt, ne? Bist du gefegt, ne? Bist du gefegt, ne? Ist das so wie ein Haus, oder was? Komm, ich mach einen Freudentanz an meinem Haus, weil ich nicht in der komm. Ich komm, ich lass ihn explodieren. Ja! Jetzt komm, schon, jetzt komm, schon. Jetzt komm, schon. Jetzt komm, schon. Ach! Das ist einfach da. Fick dich so. Ich muss das Zeug sein. Ich muss das Zeug sein. Ey, ich hab einen Diamanten gefunden! Echt, hat Alex am 25. Äh, am 15. Nein, am 15. Echt jetzt? Richtiger Noob. Und ich kenne ich erst seit der Krabbelgruppe, deswegen ist er, weißt du... Nicht so, alter Freund. Logik, ne? Warte mal, das heißt, ich bin älter als Alex. Haha, Opfer Alex! Alex, was du zuguckst, du bist ein Opfer. Die Kuh ist immer noch da, ich feier das gerade. Die hat wohl einen hohen IQ. Aha! Wahrscheinlich höheren als du. Er war schlecht. Er war tatsächlich gereimt. Und was sich reimt ist immer gut. Nein. Das hat sich gereicht. Bei uns wäre mittlerweile die Folge auf Nivolo sage. Vor allem, schlechter. Mir ist aufgefallen, so die ersten Folgen, die war echt lustig. Und mittlerweile sind wir noch anbauen. Gar nicht mehr lustig ist und so. Hm. Müssen wir sie mal wieder umbringen. Soll ich rüberkommen? Soll ich mich wieder runter schocken würde, dass ich es merke. Ja, vor allem, ich sage, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Okay, töt dich nun. Ich habe auch gesagt, ich habe nur ein halbes Herz. Ja, aber beim Mond, ich musste nicht ertöten. Auch musst du mich töten. Du musst mich töten. Weil du ein Frotzenknecht ist. Äh, geh mal ganz kurz zu deinem Eingang da. Da, wo dein Bett ist. Ja. Und dann? Du bist ja nicht. Woher sollst du das bisschen wissen? Keine Ahnung, weil ich hingucke, ich bin Spanner. Deswegen habe ich doch diese Glasfront hingemacht, Digga. Ich kann nicht immer beobachten. Ich muss aber erstmal hochgehen jetzt. Wo ist die Kuh jetzt wieder hin? Keine Ahnung. Ist mein Schreibegehalt. Digga, du besteh immer noch nicht. Ach, da bist du. Guck mal. Seht ihr das? Das ist ein Frotzenknecht. So, das war's. Kann schon wieder gehen. Du musst... Finde mich. Heiden Sieg spielen wir jetzt, okay? Ich bin... Ich bin solid. Finde mich. Digga. Digga, wir müssen uns noch spannend machen. Hm. Bist du rot? Vielleicht. Bist du braun? Lass mal kurz gucken. Ich bin schwarz. Nein. Bist du das... Bett? Nein. Bist du die Fackel an der Säule hinter dir? An der Säule hinter dir? An der Säule hinter dir. Alles geil. Nein. Bist du... Die Tür unter dir? Ich weiß nicht. Jetzt bringst du mich echt zu verzweifeln. Soll ich dir einen Tipp geben? Bist du die Kuh da unten am Weg ran? Warte. Warte. Hab ich mich gesehen? Wo bin ich? Nochmal. LOL. Der Block ist gerade gesprungen, der Holzblock. Digga. Oh fuck. Und jetzt? Wo bin ich? Scheiße, mal der Kette runter als Wasser gesprungen. Ich gebe nach. Oh fuck, ich komme mit dem Optifine nicht gleich. Ah! Fuck, nur noch drei Herzen. Oh fuck, komm her, wo bin ich? Ich hab' gefunden. Warte mal, wie war das bei Heiden Sieg? Man schlägt doch alle Blöcke, bis man dann den richtigen findet. Oder man stirbt, weil man zu viele Blöcke gibt. Ah ne, das war nur zwei Dinge. Ich geh mal gucken. Psst, ich bewege mich jetzt weg, sodass er nicht sehen kann, wo ich bin. Okay, vielleicht bin ich ihn hier dann. Heiden Sieg, Profis sind wir. Und das Eis schmilzt gerade so vor sich her, vielleicht schmeckt ja flüssig besser. Ich hoffe nur die Pappen, die ist aus Pappe vielleicht. Die weicht durch, Alter. Meine Tisch ist nass. Die Pappe, die ist aus Pappe. Warte mal, kommt mein Tisch ist nass. Es ist ja weg. Ich hab' die Idee. Wir trollen denn jetzt. Alter, ich freue mich. Fuck. Ich bin wieder da. Okay. Da unten ist ne Kuh. Töten. Nein, das ist mein Hauskuh, Digga. Psst, ich war da nicht. Hast du die Kuh geschlagen? Oh, Entschuldigung, Fackel. Ja, die ist weggerannt. Hast du die geschlagen? Ja, die ist weggerannt. Penis. Ah, stimmt. Man muss die Blöcke schlagen und nicht anbauen. Fackel, 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 Fackel geht mir all die Fackeln, Fackeln, Fackeln. Ich geh' weiter nach dir suchen. Okay, gute Idee. Ich mach so lange die Fackeln nach, wo du grade warst. Ist total falsch, wie ich sie grade setze, aber ist mir scheißegal. Wir machen jetzt nämlich einen Sieg weiter. Ich muss erst mal wieder hoch zu ihm. Okay, jetzt. Fick dich, Digga! Wir kommen erst mal geklaut. Digga, lass ihn töten! Wie viel Leben hast du? Ah! Dein Helm ist kaputt. Dein Helm ist kaputt. Alter! Lass es, bitte! Dein Helm ist gleich kaputt. Bitte! Ich renne weg, Alter! Alter, ich hab noch eine halbe... Gib mir deine Koppel wieder, Digga! Ich hab ein scheiß halbes Herz! Gib mir deine Koppels wieder! Nein! Lass mich, Alter! Bitte! Nein! Ich will sogar einen Bogen haben! Bitte, Alter! Ich bring dich um, wenn du bei mir wirst, weil bei mir hab ich die Kontrolle! Digga, gib mir die drei Stacks Koppel wieder! Ja! Fick dich! Ey, die Folge ist entspannt! Och, Mann! Ich brauch aber den Koppel für mein Haus! Du hast genug! Ich hab gar keinen Platz mehr für die Cobblestones! Alter, Mann, ganz ehrlich! Mann, Mann, ich brauch doch den Koppel! Lutz meiner Eier, Alter! Da steh ich drauf! Jetzt auch mein Zeug anzusammeln! Roman ist keine Absicht! Ich hab so sinnvolles Inventar! Kann so nichts mehr einsammeln! Ja, mein Inventar war voll! Mein Inventar war voll! Jetzt hab ich gar nichts mehr! Ich hab aber nichts eingesammelt! Selbstes Bett ist meins! Ah, das ist deins! Du schlappest ab und dann hast du noch die Löhre! Ja! Sind Blöcke? Nein! Warum sieht so komisch aus? Das hält nicht! Komm, Alter, was du mir ganz gut getätigt! Mit Inventar war voll voll! Jetzt ist es einfach, der mir fehlt noch ein Koppel von dir! Ja, meins der Koppel fehlt ja noch! Vor allem die anderen zwei die Boah! Ein Glas war zwar von dir, aber kann ich gebrauchen! Okay, soll ich die wieder töten! Ja, du gibst mir hier Zeug zu, das ist gar nicht mehr gehört! Mein Fleisch, da habe ich! Ja, keine Ahnung, was dir noch gehört! Ja, der Rest ist eigentlich das, was ich schon hatte! Mir fehlen noch sechs Items! Keine Ahnung, weil... Ah, Eisenbeinschützer, das war nicht meine! Einen Birkenhäus habe ich auch schon weggeschmissen! Einen Helm? Einen Helm, der ist vorhin kaputt gegangen! Weißt, was es ist, was ich dir gerade zeige? Ein Stinkefinger! Guck, da! Siehst du sie! Ich verpfiff mich jetzt in meine Bulge, Alter, und da bin ich der Herrscher! Da bin ich Gottfried! Ich habe meine Luxusfiller! Da bin ich Gottfried Pinkel! Gottfried Pinkel! Ich nenne die Folge, ich töte Gottfried Pinkel! Ich muss mir aufschreiben nach der Fall, sonst vergessen sie es! Ja, das war wahrscheinlich eh schon ein bisschen nach der Folge vergessen! Ah, jetzt weiß ich wieder, was mir fehlt! Holzblöcke fehlen mir! Ah, komm, lass mal kurz nichts Haus abbauen! Nee, ersthaft! 30! Guck mal, vor allem da stehe eine scheiße Mülle abgelegt bei mir! Deine Scheiße in Betafels machen einfach! Ja, ich brauch du Platz! Kack, spannend! Ich glaub, einfach mein ganzes Zeigst! Ich hab's gebraucht, das war nötig, Alter! Jetzt war nötig, dich wiederzuteilten! Ich hab aber jetzt kein Holz mehr! Ja, kann ich was dafür? Und mir fehlt noch ein halber Steckkoppel, der wirklich von mir war! Warte mal, pass auf, wo ist die Logik? Du klausst mir drei Stacks, ich hol von dir ein Steck und dir fehlt ein halber Steck! Dein theoretisch, müssen sich du noch zwei Stecks von mir haben! Hey, ja, ja, ich hab zwei Stecks von dir, aber meiner halber fehlt trotzdem! Und zudem fehlt mir noch der dritte von dir! Ich überlege gerade, hier muss ich irgendein Schönes draus machen, weil ich kann es nicht vergessen! Warte, ich brauch das nicht, das ist, mein Leben, hängt davon ab! Ich sterbe gleich! Oh mein, ne, frisst das, was macht man jetzt? Lass man sterben? Schreibt in den Kommentaren! Ich sterbe, weil ich so viel Hunger habe und keine Holzblöcke! Ich will dich, ich würde gerne Dingens haben! Wir brauchen einen Höllenportal! Ich bin der coolst DMG! Boah, fuck, das mache ich Ihnen! Ich weiß es nicht, Bruder, aber ich glaube, wir sollten die Folge wenden! Ich bin sicher! Ich bin gerade ein Hessler und Stimme benutzt, aber auch damit! Welche Hessler und Stimme? Ich weiß es nicht! Ich weiß es auch nicht! Genau die! Ach so! Wenn ihr auch findet, dass es die Hessler und Stimme ist, dann schreibt ihr nicht in die Kommentare! Hessler und Stimme! Oder Hashtag 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 Hashtag! Bis hier hat eh keiner geguckt! Ist mir scheißegal, Digga! Der, der, der zugeguckt hat, kann der allererster sein! Dann würde ich sagen, haut rein! Bis zum nächsten Mal! Lassen wir hören, damit es euch gefallen hat! Und dann... Tschüss! Das war's!